Und jetzt gibt es weitere Themen, kurz und kompakt. Die Dortmunder Polizei will im Stadtteil Dorstfeld eine Videoüberwachung einrichten. Spätestens im Sommer sollen dort Kameras installiert sein, um die rechte Szene besser im Blick zu haben. In Dortmund-Dorstfeld ist ein großer Teil der rechtsextremen Szene zu Hause. Zwar seien rechtsextremistische Straftaten zurückgegangen, trotzdem kommt es dort immer wieder zu Übergriffen auf Andersdenkende. Wir haben gerade an der Emscher Straße, Emscher Straße, Tusnelder Straße in Dorstfeld, eine verfestigte Wohnsituation von Rechtsextremisten, die immer wieder dazu führt, dass kurze Reaktionszeiten, die man automatisch hat, weil man da wohnt, es der Szene ermöglichen, Andersdenkende, die erkennbar unterwegs sind, zu bedrohen. Auch ein Kamerateam des Senders 1Live wurde dort vor einigen Wochen angegriffen. Die beiden Straßen würden von den Menschen als Angstraum wahrgenommen. Darum plant die Polizei neben der Videoüberwachung auch die Nazi-Schmierereien entfernen zu lassen.